Ich glaube, dass viele Leute, die vieles nicht mögen, es eigentlich mögen würden, wenn sie dem eine Chance geben. Die Rote Beete, dass das eine Sache ist, wo ich immer gesagt habe, mag ich nicht. Und heute ist es aber irgendwie so mein allerliebstes Gemüse, weil ich eben dieses Erlebnis hatte, dass meine Freundin mir eine erdige Rote Beete gegeben hat und so unter die Nase gehalten hat und so beißt er jetzt rein und ich habe immer so gemacht. Und dann habe ich es aber doch gemacht und das war wirklich einfach total lecker. Ich finde auch sandköstlich. Die haben schon ganz früh laufen gelernt und sind seitdem immer nur hoch hinaus. Gerade Klettern ist irgendwie so von den beiden dieses absolute Lieblingsding. Da gibt es einmal Zion, meinen ersten Sohn. Ein hochsensibler kleiner Junge, ein ganz ganz sensibles Seelchen. Ach komm, das war doch nicht schlimm. Dann gibt es noch den Mali. Mali ist halt so der Spaßvogel und der Antrieb irgendwie in unserer kleinen dreiköpfigen Family, weil wir sind ja alleine, Zion, Mali und ich. I cook more than I do music because you have to cook every day and sometimes more than twice. Wollen wir immer nur den Teil machen? Die Proben viel zu selten. Ja. Gerade weil ich eben vorher ja dieses musikerfreie Leben geführt habe, für mich eine ganz große Herausforderung, diese Strukturen, die du dann einfach einhalten sollst, musst, diese einzuhalten. I'll be over as soon as I can, said the doctor. I need my music when I'm cooking. Both only turns out good if you put your passion into it, if you put your heart into it. Cheers! Tschüss! Das Brot sieht super aus. Valkar. Mir? Genau. Dr.